Hallo und herzlich willkommen bei Kochen und Backen mit Mel und Mo. Wir machen zwei fluffige Schokoladenbiskuitböden. Der Zeitaufwand beträgt 55 Minuten und die Nährwerte beziehen sich auf beide Böden. Zuerst schlagen wir vier Eiweiß mit drei Esslöffel Wasser steif. Dabei 160 Gramm Zucker hineinwieseln lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann vier Eigelb hinzufügen. Einen Teelöffel Backpulver 65 Gramm Mehl 30 Gramm Kakao 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 Und 65 Gramm Speisestärke hinzufügen. Dann eine Springform mit Backpapier auslegen und den Teig hineinfüllen. Den Backofen nicht vorheizen. Den Teig hineinstellen. Den Ofen auf 175 Grad einstellen und 45 Minuten backen. Teilt unsere Rezepte mit Freunden und Familie und schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Danke! 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 Danke!